Eine Person fragt, ist der Imam in jedem Fall immer vor den anderen Leuten, auch wenn man zu zweit betet? Wenn man zu zweit betet, dann darf der Imam nicht vor der anderen Person sein. Also wenn wir jetzt von zwei Männern reden, natürlich Mann und Frau. Ein Mann beispielsweise betet mit seiner Frau, dann ist die Frau hinter ihm und der Mann vorne. Aber wenn jetzt zwei Männer beten, dann betet der eine rechts von ihm. Dann betet der eine rechts von ihm. Aber er darf nicht hinter ihm beten. Und es gibt sogar Gelehrten, die gesagt haben, dass das Gebet von der Person, die hinter ihm betet, ungültig ist. Sondern sie beten was? Nebeneinander. Sie können auch etwas versetzt sein, also wenn wir jetzt von ein paar Zentimetern reden, das ist kein Problem. Aber dass der Mann hinter dem anderen Mann betet, das ist nicht erlaubt. Und im Übrigen, das betrifft nicht nur das Gebet von zweien. Das sieht man häufig und natürlich gibt es hier eine Meinungsverschiedenheit. Aber eine Person, eine Person beispielsweise, wenn man in die Moschee kommt und es gibt keinen Platz mehr in der letzten Reihe, dann häufig beten die Leute hinten alleine in der Reihe. Und das ist eine Sache, die man nicht machen soll. Und nach einigen Gelehrten, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Aber nach einigen Gelehrten ist das Gebet ungültig. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt kein Gebet für den, der sozusagen hinter der Reihe betet. Also der alleine hinter der Reihe betet. Aber wie gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Und hier gab es natürlich viele Gelehrte, welche gesagt haben, nein, das Gebet ist natürlich gültig. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber hinsichtlich den Männern, wenn sie beten, so ist das Beste, dass der Imam vorne steht. Er kann aber auch in der gleichen Reihe stehen. Auch das ist erlaubt. Auch das ist erlaubt, also wie das Gebet der Frauen. Jedoch ist das Bessere, dass der Mann vorne steht. Ja, daakir al-Azhabi.